Auf Englisch heißt es ja Freemasonry, aber es müsste eigentlich oft Fake-Masonry heißen. Die Frauenlogen sind alle in den Logenhäusern der maskulinen Maurerei und werden sie denen einerseits die Räume verbieten, verbieten sie andererseits ihren Mitgliedern dahin zu gehen. Wenn da schon in solchen Lettern abgelesen wird und dann immer noch falsch gelesen wird und so weiter und so fort. Ja, also wo selbst Leihenspieltheater nicht mehr der richtige Ausdruck ist, sondern das ist schon unfreiwillige Comedy, die da teilweise stattfindet. So mein Lieber, du hast ein Käffchen gekocht. Kaffee ist gekocht, ja. Ich hoffe nicht so nach Leipziger Art. Blümchen-Kaffee, der so dünn ist, dass man die Blümchen unten sieht in der Tasse. Kein DDR-Kaffee. Ich bin ja zum Ossitum konvertiert, aber... Genau, du bist jetzt einer von uns. Auf jeden Fall, mit ganzem Herzen. Ein Beuter-Ossi. Ein Beuter-Ossi sozusagen. Mit Hamburger Wurzeln bin ich praktisch hanseatischer Sachse. Genau, ja. Tja, die guten Leute kommen eben nach Sachsen. Man kann das nicht anders sagen, das ist so. Sachsen ist ein Magnet. So, ich würde gern mal an einer Stelle andocken, die wir vorhin auch schon im Gespräch hatten. Atheismus. Kann ein Freimacher Atheist werden? Du hast da eine relativ klare, krasse Meinung dazu. Du sagst, nein, nein. Also man ist als Atheist falsch. Ich weiß gar nicht, wenn ich mal so kleine Kritik übe da, warum ist das heutzutage immer krass, wenn man etwas klar benennt? Also weißt du, das ist voll krass. Habe ich auch damals in der Freimoral immer erlebt. Habe ich auch diesen Standpunkt vertreten. Wie kannst du nur? Und das sind doch auch Menschen. Hast du jetzt nicht gemacht. Aber einem werden dann oft Worte in den Mund gelegt, die man nie benutzt hat. Und man einfach nur gesagt hat, hey, sorry. Ich habe krass gesagt. Also das ist die Jugendsprache in mir. Ja, das ist das Jugendliche, was da sich bahnbricht. Man könnte auch sagen, einen klaren, hundertprozentigen Standpunkt. Also wirklich ein Ja oder ein Nein. Und du bist der Meinung, nein. Ich persönlich sehe es ein bisschen anders. Das ist aber nicht schlimm, glaube ich, dass wir da leicht abweichende Meinung haben. Ich denke, ein Atheist ist jemand, der einfach entweder... ...noch nicht da angekommen ist, wo er eigentlich hin will. Muss man ja auch mal sagen, dass jemand, der wirklich echt überzeugter Atheist ist, behaupte ich jetzt mal, würde sich doch einer Organisation wie der Freimaurerei, den Rosenkreuzern oder sonst irgendeine magische Vereinigung oder auch einer Religion überhaupt gar nicht anschließen. Genau, aber ich kann erklären, wieso diese Zersetzer da trotzdem sind, wie das kommt. Also man muss es so sehen. Ein Atheist ist wirklich per Definition jemand, der Gott oder die Vorstellung von Göttern oder so das ablehnt, kategorisch, der auch keine Tür offen ist, der sagt, das gibt es nicht, das weiß ich. Viele Menschen, die sich Atheisten nennen, sind eigentlich Agnostiker. Ein Agnostiker ist jemand, der sagt, es kann einen Gott geben, kann auch keinen geben, keine Ahnung, vielleicht werde ich es nach dem Tod erfahren oder irgendwann in meinem Leben. Das heißt, manche verstehen sich als Atheisten, sind eigentlich keine. Ich gebe dir auch recht, ein echter radikaler Atheist würde nie in einen Mysterienbund gehen oder in eine Religion. Jetzt ist es aber so, ich selbst bin ein gutes Beispiel. Ich war früher Atheist, eine Zeit lang auch wirklich überzeugt und das bröckelte irgendwann. Und das war auch die Phase, als ich damals in die Freimaurerei kam. Also als ich da noch suchender war, war ich jetzt kein tiefgläubiger Mensch. Die Freimaurerei hat mich dann erst eigentlich Gott näher gebracht. Also ich war vielleicht selber so ein Fall, so ein Bröckel-Atheist. Ich war mir aber im Klaren, wenn ich den Schritt gehe und mich initiieren lasse, dann entscheide ich mich für den Weg mit Gott. Und dann ist nicht mehr das offen. Jetzt ist es aber so, es gibt viele Leute, die sind überzeugte Atheisten, die das auch alles kategorisch ausschließen. Und die machen das dann mit der Freimaurerei ganz einfach so, dass sie sich die Freimaurerei zurechtlügen. Und dann einfach sagen, ja, nee, Gott spielt hier keine Rolle und deshalb ist das auch in Ordnung. Da frage ich mich dann nur, warum macht ihr dann Rituale? Also es wird dann irgendwann albern. Das sind auch Leute, die man rhetorisch total leicht auseinandernehmen kann. Es ist affig, aber die stellen sich meistens, auch weil sie wissen, dass sie unterlegen sind, nicht wirklich solchen Diskussionen. Oder tun das dann ab. Ich habe das unzählige Male erlebt. Die flüchten dann schnell oder kommen mit Lügen, Verdrehungen über Freimaurerei, Plattitüden. Es ist unheimlich schräg. Man muss sich das mal vorstellen, weil ich arbeite gerne mal so mit Beispielen. Stell dir vor, du bist überzeugter Atheist. Nicht Atheist, Entschuldigung, Pazifist. Du bist wirklich aus ganzem Herzen Pazifist. Warum genau willst du dann unbedingt irgendwie in die Armee und dann auch noch Offizier werden? Zwingt dich ja keiner zu, wenn du Pazifist bist. Aber stellt euch vor, Pazifisten würden gezielt in die Armee gehen und wollen auch alle General werden. Da müsste man entweder sagen, entweder haben die überhaupt nicht begriffen, was eine Armee ist. Oder man müsste fast schon eine böse Absicht unterstellen, die wollen die Armee von innen zersetzen, weil sie so als Pazifisten die abstimmen wollen. Es gibt aber noch eine dritte Erklärung. Die sind eigentlich gar keine Atheisten. Ja, also das ist eher so jetzt die tiefenpsychologische Erklärung und das muss ich dir als Therapeut ja nicht erklären. Das ist wie wenn jemand schwul ist und immer den schwulen Hasser raushängen lässt. Und wenn ich sage, die scheiß Schwulen, die gehören alle an die Wand gestellt. Die sind noch nicht an dem Punkt, wo sie ihr Coming-out hatten oder keine Ahnung. Und so kommt mir das nämlich vor. Vor allen Dingen wird da unglaublich viel Mühe drauf verwendet von diesen Freimacher-Atheisten. Nicht alle. Ich muss aber zu sagen, ich kenne auch wirklich Brüder, die sagen, ich bin Atheist, aber die sind definitiv nicht solche Radikalos oder so. Aber es gibt tatsächlich einige, die dann, selbst eine Frage, die gesamten Freimacher-Rituale sind doch religiös konnotiert. Alle, jede, jede Allegorie, jedes Gleichnis, alles, jedes Symbol, was da irgendwie vorkommt, Tempelbau, Salomo und so, alles Religion, ja, wieso, was macht dich denn daran überhaupt an, ja, also, und, das kann man ja alles anders sehen und so. Ja, das kann man doch alles anders sehen, ist der Satz, den man, wenn du Freimaurer wirst in Deutschland, am öftesten hörst, du kannst die fundierteste Meinung haben, faktengestützt, unwiderlegbar, wie vor Gericht, wirklich, wo du sagst, hier, bam, 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 da steht es, ihr habt schwarze Aufheiß, dann kommen die, kannst du auch anders sehen. Und das ist eben halt dieser Beliebigkeitskult. Ich glaube, der Punkt ist ja, eine richtige Religion, die verlangt dir was ab. Stell dir vor, du wirst Muslim, das fängt schon damit an, wenn du wirklich Moslem wirst und das ernst nimmst, musst du dich beschneiden lassen. Dann musst du schon mal ein Opfer bringen. Darfst, wenn du vorher gerne Schweineschnitzel gegessen hast, ist Feierabend, darfst nicht mehr machen. Katholizismus, alle Religionen, das haben wir jetzt einmal, verlangen dir was ab. So, und die Freimaurerei ist da eigentlich, könnte man sagen, Religion soft. Sie verlangt dir nicht so vehement was ab. Sie sagt dir jetzt nicht, wenn du dich nicht an unsere Vorgaben hältst, dann gehst du in Sünde und landest in der Hölle. Solche Aussagen trifft die Freimaurerei nicht. Sie zeigt dir mehr einen Erkenntnisweg. Und dadurch lässt sie diesen Spielraum, dass manche Leute meinen, oh, ich werde Freimaurer, geil. Hier gibt es gar keine festen Regeln. Ich kann mir da so eine Art eigene Religion draus basteln. Und ich mache mir das so, wie es passt. Und ich muss das nicht mal Religion nennen, weil Religion ist heutzutage voll uncool. Und nur die Doofen sind religiös. Ich glaube ja an die Wissenschaft und bin so ein ganz schlaues Kerlchen. Und das kann man natürlich machen. Aber das bringt dich als Mensch in keinster Weise weiter. Da ist gar kein Erkenntnisweg enthalten. Die Freimaurerei ist natürlich ein Gerüst. Ein geistiges Gerüst. Und wenn du diesen Weg beschreiten willst, musst du dich dem anpassen. Ich möchte aber trotzdem ganz ein bisschen korrigieren, was dazu sagen. Weil wir beide machen ja jetzt auch den Fehler, dass wir von der Freimaurerei sprechen. Aber die gibt es nicht. Es gibt nicht die Freimaurerei. Es gibt verschiedene Lehrarten. Für AF und AM trifft das so zu, wie du das sagst. In beispielsweise dem, was die Amerikaner und Engländer machen, in diesen Ritualen, in diesen Lehrarten, ist es nicht so. Also da muss man jetzt der Fairness halber auch sagen, wenn dort ein Kandidat aufgenommen wird, es kommt zu dieser Aufnahme initiatorischen Handlung, dann wird dieser Kandidat explizit gefragt, glauben Sie an Gott? Und wenn er sagt, nein, dann ist die Aufnahme an der Stelle vorbei. Dann darf der nach Hause gehen. Wo eine Relativierung stattfindet ist, wie der sich diesen Gott vorstellt, ob das der christliche Gott ist, ob das sonst was für ein Gott ist. Okay, da ist offen, da lässt man ihn gewähren. Und ich möchte mal auf dein Buch kurz kommen, um das auch nochmal ins Spiel zu bringen. Da gibt es eine kleine Stelle, eine Passage. In dem Kapitel, die Schöpfung der Welt. Und ich lese jetzt mal ein bisschen was vor. Ist das okay oder ist das Copyright-Verletzung? Nee, da darfst du. Da schreibst du. Folgen Sie mir an dieser Stelle einem Gedankenexperiment. Ich möchte Sie einladen. Bitte legen Sie dieses Buch kurz zur Seite und stellen sich eine Minute lang Gott vor. Schon fertig? Was haben Sie gesehen? Einen Greis auf einer Wolke? Eine mathematische Formel? Eine außerirdische Lebensform? Egal, was es auch war. Ich muss Sie leider enttäuschen. Ihre Vorstellung war falsch. Jeder Versuch, sich Gott vorzustellen, ist zum Scheitern vorteil. Gott ist unvorstellbar. Er ist nämlich transzendent. Das bedeutet jenseits der sinnlich erkennbaren Welt und jenseits unserer Vorstellungskraft. So, und so geht das jetzt ein bisschen weiter. Was ich dazu anmerken möchte, ist eben, ja, in der Freimaurerei ist es ein Muss, an Gott zu glauben. Wie man ihn sich vorstellt, das ist das, was offen gelassen wird. Aber man muss daran glauben. Es ist einfach so. Und selbst der Naturwissenschaftler, ich meine, du könntest dasselbe Experiment machen mit Elektrizität, ja, stellen sich Elektrizität vor. Die siehst du nicht, die kannst du dir nicht bildhaft vorstellen. Du kannst Modelle dir vorstellen, Wellen oder kleine Teilchen, die in der Röhre entlang fliegen, wo Plus und Minus dran steht. Aber du kannst sie dir nicht wirklich vorstellen, weil du siehst. Es gibt diese kurzen Momente, wo man sie sieht. Nämlich dann, wenn man gerade die Deckenlampe anbringen will und aus Versehen unten nicht ausgeschaltet hat. Wo dann doch mal die Elektrizität kurz zu sehen ist und man sie vor allen Dingen auch spürt. Oder der Blitz schlägt ein. Da wird sie mal kurz sichtbar. Oder fühlbar. Aber genau so ist es auch mit Gott. Schauen wir jetzt mal, historisch ist es so, dass natürlich die Freimaurerei ihre greifbaren Wurzeln irgendwann so im 18. Jahrhundert hat. Und da gab es schon immer viele, viele Leerarten. Die waren in dieser Zeit auch immer, immer, es gibt keine Ausnahmen, nicht eine einzige, waren die kabbalistisch, gnostisch, christlich, jüdisch, sozusagen. Erst im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts gab es dann sowas wie atheistische Strömungen. Das sind irregulären Logen. Und in Deutschland haben wir ja verschiedene Großlogen. Und zwei davon, ja, die drei WK und der Freimaurerorden, haben auch legitime, tatsächlich weit zurückreichende Wurzeln und haben auch eine christlich-esoterische Lehrart. Dann gibt es noch die britische und amerikanische Freimaurerei, die genau solche Wurzeln hat. Und dann gibt es die größte Loge. Das ist die sogenannte A4M, die alten, freien und angenommene Maurer von Deutschland. Und die haben ein Fantasy-Ritual. Das ist nämlich eine Großloge, die erst nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde. Oft von Mitgliedern und Freimaurern, die vorher in irregulären Lehrarten zu Hause waren. Oder in Lehrarten, die sich am Rande zur Irregularität und zum Wissenschaftsglauben und zum Atheismus befanden. Und die haben dann ihr Ritual so auf Basis von Erinnerungsbruchstücken sich zusammengebaut. Und dort hat sich dann diese Ideologie rausgebildet, dass die Freimaurerei praktisch gar kein Lehrgebäude hat, wo man jetzt hingeht und jetzt lernen wir das Schritt für Schritt, wie das in anderen Lehrarten so ist, sondern eben dieser Beliebigkeitsclub. Für mich ist das dies, für dich ist es das. Das ist auch eine gewisse philosophische Haltung und ich war selbst auch mal Mitglied in einer A4M, ich kenne das und weiß ungefähr, wie die ticken und das ist ein Stück weit auch irgendwie interessant, dass man dann so ganz individualistisch guckt. Der eine sieht so, der andere so, aber du kommst keinen Schritt weiter, du hast keinen echten Faden und kein Ziel. Und du protestierst schon. Ich protestiere, ich protestiere. Ich würde es gerne relativieren. Darf ich das? Darf ich das? Ja, natürlich darfst du. Ich bin ja der Hardliner. Ich bin der Krasse. Deine Meinung darfst du ja haben, die will ich ja auch nicht relativieren. Ich möchte nur das relativieren. Du darfst natürlich eine andere haben und sie daneben stellen. Genau, es geht nochmal um die historischen Abläufe. Also es gab vor 1935 13, 13 Organisationen, also vor dem Verbot in der NS-Zeit gab es 13 freimaurische Organisationen. Zum Teil waren das Großlogen, die auch, die sozusagen auch den Namen Großloge verdient hatten, sage ich jetzt mal. Da gehören sowas dazu, wie du eben gesagt hast, der Freimacherorden, also die große Landesloge, die Großloge zu den drei Weltkugeln. Da gehörten aber auch ein paar kleinere dazu, der eklektische Bund in Frankfurt am Main zum Beispiel, die sächsische Großloge, die es auch gab. Also das waren also natürlich aus diesen regionalen geschichtlichen Abläufen sind die ja entstanden. So, dann gab es aber auch ein paar Freimacher-ähnliche Organisationen, also nicht ähnlich ist Quatsch, es waren ja Freimacher, aber wie du das jetzt beschrieben hast, so im Dunstkreis oder im Nebel zur Irregularität. Die Großloge zur aufgehenden Sonne zum Beispiel und sowas. Das hat natürlich auch bestimmte politische Hintergründe, lassen wir jetzt mal weg. So, jetzt passiert Folgendes. In der NS-Zeit wird das alles verboten. Nach 1945 kommen die Bestrebungen wieder zu gründen, die dann auch passieren. Und wie entsteht jetzt AF und AM? AF und AM wird erstmal eine Art Sammelbecken für alle die, die nicht ihre eigene Großloge wieder gründen. Also 3WK gründet wieder, FO gründet wieder, aber die anderen versuchen sich sozusagen einheitlich irgendwo unter einem Dach wiederzufinden. Das hat wieder was damit zu tun, Anerkennung von der United Grand Lodge of England, also die normalerweise eigentlich immer nur eine Großloge pro Land als regulär anerkennt. Eine ganze Zeit lang, das muss man auch wirklich wissen, arbeitend jede Loge noch nach ihrem mitgebrachten Ritual unter diesem Dach von AFAM. Bis heute ist es übrigens auch so, dass die Logen, das haben die damals nicht aus der Hand gegeben, gesagt haben, wir wollen uns auch dieses Recht vorbehalten, weiter nach unserem Ritual zu arbeiten. Das heißt, du kannst heute in vielen AFAM-Logen Rituale erleben, die nicht dieses AFAM-Ritual sind. Das wird dann sozusagen erst irgendwann kreiert, um für neu gegründete Logen, die also ab dem Zeitpunkt neu entstehen, dafür wurde dann eingeführt, da müsst ihr dieses neue Ritual verwenden, damit das sozusagen irgendwann mal sich vereinheitlicht. So war der Gedanke, so ist das entstanden. Und um mal noch einen Pluspunkt für AFAM reinzubringen, auch in dem Video zu sehen, was ich mit dem Charles, äh Quatsch, mit dem, entschuldige, du bist Charles mit dem Janoschmacher, ja, wo es um den Lebensbaum geht. Der Arbeitsteppich von AF und AM spiegelt sogar extrem deutlich den kabbalistischen Lebensbaum wieder, in der Anordnung der Symbole fast sogar deutlicher als die Arbeitstafeln, die du in den anderen Lehrarten hast. Also das heißt, die, die damals dieses Ritual zusammengebastelt haben, wo ja zum Beispiel der Rolf Appelt dazu gehörte, den ich noch persönlich kennengelernt habe, die haben da durchaus Sachen eingebaut, die gnostisch sind oder religiös sind. Aber wahrscheinlich unter dem Druck, ich weiß auch, dass Rolf Appelt war zum Beispiel auch ein religiöser Mensch, das war kein Atheist, ja, der kam aus einer christlichen Familie. Und das war also jemand, der durchaus offen war für sowas. Aber wahrscheinlich unter dem damaligen Druck, so in 70er, 80er Jahren ist das ja erst sozusagen offiziell eingeführt worden, hat man darauf verzichtet, deutlich zu benennen, worum es hier geht. Und das ist das, was uns heute auf die Füße fällt. Der Appelt wusste noch, was er gemacht hat. Und die Brüder aus einer Zeit wahrscheinlich auch. Aber in der nächsten, nächsten, nächsten Generation wurde das einfach vergessen. Das ist in Vergessenheit geraten. Und wenn du heute mit Affam-Brüdern redest, die 20 Jahre dabei sind und sagst, guck doch mal die Arbeitstafel an und guck dir mal einen kabbalistischen Lebensbaum an. Oh, jetzt fällt mir das auf, dass das ja eigentlich übereinstimmt. Wow, 20 Jahre nicht drüber nachgedacht. Gar nicht gesehen. Das ist die Tragödie. Und das ist die Tragödie von Affam. Also, Tragödie von dieser Organisation A von der M ist für mich, dass die überhaupt gegründet wurden. Ich bin totaler Gegner an dieser Organisation, weil sie aus meiner Sicht der deutschen Freimaurerei massiv geschadet hat. Und wenn man sich jetzt für Freimaurerei begeistert, warum sollte man dann dem, der Kraft, die das bekämpft, das gut finden sozusagen. Aber ich stimme dir zu, als das gegründet wurde am Anfang und auch die ersten Jahrzehnte, war es noch nicht so schlimm wie jetzt. Es wurden halt damals die Weichen oft in die falsche Richtung gestellt. Es gibt zum Beispiel ein Buch, das nennt sich das Unbekannte Ritual von einem Autor Scherpe. Ich weiß nicht, ob das in den 70ern oder 80ern geschrieben hat. Auf jeden Fall analysiert er dort dieses Affam-Ritual. Und seine Interpretationen sind noch viel spiritueller und inhaltsreicher, als das heute der Fall wäre. Also, da sieht man dann schon, es gab auch dort Brüder in vergangenen Jahrzehnten, die ein bisschen mehr auf dem Kasten hatten. Aber es war halt die Tendenz letztlich, die Vermehlung der Freimaurerei mit dem Zeitgeist im 20. Jahrhundert oder in der Nachkriegszeit. Das ist eigentlich, was die Affam darstellt. Und das ist das Problem in dieser Zeitgeist, Materialismus, Oberflächlichkeit. Ich wollte schon mal sagen Kommunismus, aber es ist halt einfach die totale Abkehr von der Religion. Und jetzt werden dann einige sagen, wir haben jetzt Freimaurer und den Zuschauern, Freimaurer und Religion. Die meisten wissen ja gleich, was Religion bedeutet. Religion kommt von Rückbindung an Gott und wird oft verwechselt mit Konfession. Also viele Freimaurer werfen auch mit Begriffen, um sich deren Bedeutung sie nicht kennen, wollen sich dann von etwas abgrenzen, kennen. Aber die Bedeutung gar nicht, ist ganz albern wie kleine Kinder im Sandkasten. Also man, wenn man vieles, was man da erlebt, wenn man das ernst nehmen würde, da müsste man verzweifeln. Man kann es halt nur als das sehen, was es ist, oft lächerlich. Weil Ahnungslose von Dingen reden, die ihren Verstand übersteigen. Und dann, was verzeihlich wäre, wenn sie Demut dabei hätten. Aber mal dazu ist es ja, kommt ja auch noch hinzu, dass es so ein Club der Narzissten ist. Es ist halt, wie du schon sagst, die Mehrheit dort ist inhaltlich falsch. Das heißt, die suchen gar nicht das, was die Freimaurer als Lehrgebäude bietet. Eben halt Atheisten und solche, die es noch werden wollen. Und ich frage mich dann immer, was macht ihr dort? Was gibt euch das eigentlich? Und dann gibt es auch viele, und das sind halt meistens auch die inhaltsschwachen, mit zweifelhaften Charakter. Das merkt man dann daran. Es gibt halt gerade, es gibt Ämter und wie sie dann dem hinterher lächzen oder sich aufspielen, wenn sie dann gewisse Funktionen haben. Es ist auch ein total verlogenes Verhältnis. Es ist so, dass die Logenhäuser, zumindest die größeren, die kosten ja auch Geld, die zu unterhalten. Und die Logen sind nicht mehr wie früher, wie vor 100 Jahren, sehr wohlhabend, sondern das sind oft so Vereine, die so finanziell gerade an der Überlebensgrenze umkraxen. Und um jetzt diese Logenhäuser weiterhin zu finanzieren, vermieten sie die oft unter. In Hamburg beispielsweise sind dann auch Rosenkreuzer dort ansässig. Oder dort werden irgendwelche Abi-Bälle oder veranstaltet. Auch schon irgendeine Studentenverbindungen haben da einen Raum gemietet. Manchmal wundert man sich, an wen die vermieten, weil sie so blöd sind, dass sie zum Beispiel auch an Organisationen vermieten, die die Freimaurerei ablehnen. Also ich weiß, wir hatten mal einen Bruder, der war witzigerweise auch in einer Studentenverbindung und war dann von der Studentenverbindung zu irgendeiner Großveranstaltung geladen, die im Hamburger Logenhaus stattfand. Und da hat mir dann erzählt, dass dann einige beim Reinkommen, die hatten jetzt die Räumlichkeiten für sich gemietet, erstmal in den Eingangsbereich gespuckt haben, so um ihre Verachtung vor den Freimaurern zum Ausdruck zu bringen. Da habe ich dann damals auch gedacht, irgendwie wie blöd seid ihr denn? Also ihr Freimaurer so schmerzbefreit. Naja, und die vermieten dann auch natürlich an die Frauenlogen. Die Frauenlogen sind alle in den Logenhäusern der maskulinen Maurerei. Und werden sie denen einerseits die Räume vermieten, verbieten sie andererseits den Mitgliedern dahin zu gehen oder eigentlich Kontakte zu pflegen. Nicht nur die Frauenlogen, auch die gemischten alle. Also genau so ist das. Ich sage mal, auf Logen-Ebene, auf der Basis-Ebene, da ist das wirklich verschieden. Also wie gesagt, auf der Ebene der Menschen selber sind da auch viele Freundschaften da. Die gemischte Loge hier in Leipzig, das ist keine besonders große Loge. Ich kenne die allermeisten Mitglieder dort. Das sind wirklich eine dufte Truppe. Das sind tolle Mädels, tolle Jungs. Die haben was im Kopf. Die nehmen das ernst. Wenn du zu denen hingehst, du hast schöne getragene Tempelarbeiten, du hast gute Gästeabende, gute Vorträge, alles super. Das wird mit einem Wisch vom Tisch gewedelt. Wenn du sagst, ihr seid irregulär, statt einfach mal sich an der eigenen Nase zu fassen und zu sagen, wie gut sind eigentlich unsere Gästeabende? Welche Qualität hat unser Ritual? Wenn da schon in solchen Lettern abgelesen wird und dann immer noch falsch gelesen wird. Wo selbst Leihenspieltheater nicht mehr der richtige Ausdruck ist, sondern das ist schon unfreiwillige Comedy, die da teilweise stattfindet. Ja, das gibt es viele. Aber Hauptsache, wir sind alle Männer und Hauptsache, wir sind regulär und Hauptsache, wir sind von England anerkannt. Ich wage die Prognose, AFAM wird zerbrechen, VGL wird zerbrechen. Das hat auch noch andere Gründe, weil nämlich nicht nur diese Inhalte verloren gehen und dieses Wissen verloren geht und diese Oberflächlichkeit Einzug hält, sondern das hat auch ganz rein finanzielle Gründe. Und da wir jetzt in der Zeit des Internets leben und einer aufklärerischen, echten aufklärerischen Zeit leben, was vor 30 Jahren noch gar nicht möglich war, da wurde ganz viel unter der Decke gehalten, da wurde vieles totgeschwiegen, da wurden schräge Geschäfte mit Logenhäusern gemacht, das wird alles aufgerollt werden und es geht schon los, es geht schon los und ich kann nur sagen, die einzelnen Logen, die was wirklich, die Inhalte noch hoch halten, die werden irgendwann so die Schnauze voll haben, dass die sich ablösen von diesem Konstrukt und entweder als freie Logen existieren, was es auch in der Geschichte schon gab und unabhängiger Logen, nochmal ein Stichwort, oder die werden ihre eigene alte Großloge wieder gründen oder welchen Weg sie auch immer dann gehen. Das wird passieren, dieses Konstrukt hier ist nicht in Stein gemeißelt. Er geht, die historische Sekunden Jr賽 und in die nick Nazi- Bundeskundkثر bir idealisierten Sařung zu sein undperson Sabine Aber auch irgendwo sind sie vom segunda und ein bisschen die Bergstende